Meine Damen und Herren, ich eröffne die unterbrochene Sitzung und teile Ihnen aus dem Ältestenrat mit, dass die Frage, zu welchem Zeitpunkt wir den Top 57 hier im Plenum behandeln, im Ältestenrat einvernehmlich vorgeschlagen wird, dies morgen zu Beginn der Behandlung aller Beschlussempfehlungen wie beschlossen mit Aussprache vorzunehmen. Wenn dem jetzt niemand widerspricht, machen wir das so. Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf. Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung und zur Änderung Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften und glücksspielrechtlicher Zuständigkeiten. Das ist die Drucksache 19-6733 zu Drucksache 19-6403. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 42, Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion der FDP betreffend Redet ihr noch oder digitalisiert ihr schon? E-Government in Hessen endlich voranbringen. Drucksache 19-6734 zu Drucksache 19-5165. Zu beiden Punkten ist der Abg. Frömmrich, Berichterstatter. Wir bitten um Bericht. Vielen Dank, Herr Präsident. Zuerst zum Gesetzentwurf, Drucksache 19-6763. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags und damit aus der anlageersichtlichen Fassung anzunehmen. Dann der Bericht zum Antrag Drucksache 19-6734, Tagesordnungspunkt 42, Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Antrag abzulehnen. Danke für die Berichterstattung. Ich eröffne die Aussprache. Vereinbarte Redezeit ist zehn Minuten. Als Erstes hat sich Herr Bauer für die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir alle sind an einer modernen und effizienten Verwaltung interessiert. Im digitalen Zeitalter werden sich Behörden und Verwaltungsabläufe grundlegend verändern. Wer schon einmal in Estland oder in Dänemark war, weiß, was jetzt bereits alles im Rahmen einer digitalen Verwaltung machbar ist. Auch hier in Hessen wollen wir Christdemokraten die Digitalisierung weiter fördern und schnell und umfassend digitale Leistungen bereitstellen. Die CDU-geführte Hessische Landesregierung hat dies bereits sehr früh erkannt und als eines der ersten Bundesländer einen E-Government-Masterplan für die Jahre 2003 bis 2008 verabschiedet. Damals wurde die Basisinfrastruktur geschaffen. Zu nennen sind hier beispielsweise das Hessen-Netz, das Dokumentenmanagementsystem und überhaupt eine E-Mail-Struktur für die Landesverwaltung. Im Masterplan 2009 bis 2014 wurde auf den gewonnenen Erfahrungen aufgebaut und die elektronische Verwaltung weiterentwickelt. Der Bürger und die Bürgerin ziehen klare Vorteile aus dem Angebot einer elektronischen Verwaltung. Der Kontakt zu den Behörden wird durch eine neue Kommunikations- und Interaktionswege deutlich verbessert und vereinfacht. Die Behörden sind praktisch rund um die Uhr erreichbar, und die Automatisierung wird in der Regel auch zu einer Vereinfachung von Abläufen genutzt. Mit dem am 23. Mai eingebrachten Gesetz bauen wir jetzt die Vorteile einer digitalen Verwaltung weiter aus und setzen diesen guten Weg konsequent fort. In der Anhörung ist noch einmal deutlich geworden, um welche große Herausforderungen es sich bei der Digitalisierung der Verwaltung handelt. Handelt es sich doch bei der Digitalisierung um einen Bereich, in dem die Entwicklung ständig weitergeht, manchmal auch sprunghaft? Deshalb war es gut, dass man sich an dem Bundesgesetz orientiert hat. Denn das Bundesgesetz ist ein vernünftiges Rahmengesetz, und es sorgt auch für einheitliche Regelungen in unserem föderalen System. Prof. Richter von der Hochschule der Akademie der Polizei in Hamburg hat im Rahmen der Anhörung daher die Orientierung an diesem Bundesgesetz, also die Übernahme von Regelungen und Anpassungen an unser Landesrecht, ebenso als, Zitat, natürlich richtig bewertet wie Prof. Hornung von der Universität Kassel, der ein Höchstmaß an Einheitlichkeit der Rechtsgrundlagen für erstrebenswert hält. Das Dilemma, einerseits ein möglichst modernes Gesetz haben zu wollen und andererseits noch die zwingend nötige Einheitlichkeit zu gewährleisten, hat Prof. Richter klar benannt. Er sagte, es bleibt am Ende nur ein Mittelweg. Das, was mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung jetzt vorgesehen ist, wurde von den Experten nicht verworfen. Die Kritik machte sich vielmehr an den Stellen fest, an denen man eine weitergehende Lösung für wünschenswert erachtete. Prof. Richter hielt es dann auch für schwer, zu entscheiden, ob mehr besser gewesen wäre. Dazu zitiere ich auch Prof. Hornung aus der Anhörung, Zitat, Zitat. Es wurde mehrfach nach einer Gesamtbewertung gefragt. Ist der Gesetzentwurf zu zurückhaltend? Ich würde prinzipiell keine negative Gesamtbewertung abgeben. Der Gesetzentwurf greift relevante, wichtige Punkte auf, die auch der Bundesgesetzgeber adressiert hat. Mit dem Gesetzentwurf haben wir zu wesentlichen Regelungen des Bundesgesetzes eine Entsprechung, und das halte ich für grundsätzlich positiv. Zitat Ende. Sie sehen also, dass die Anhörung durchaus anerkannt hat, dass wir uns einen Rahmen gegeben haben, der entsprechende Regelungen im Landesrecht umsetzt, die vernünftig und sinnvoll sind. Gleichwohl haben wir auch aus der Anhörung einige Anregungen aufgegriffen und mit dem Änderungsantrag 1967-29 in den Gesetzentwurf jetzt hiermit eingebracht. So haben wir im Sinne der Europarechtskonformität – hier hat es in den letzten Jahren neue Entwicklungen gegeben – einige Anpassungen vorgenommen. Ebenfalls ergänzt haben wir die Vorschrift, welche die Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen des IT-Planungsrats innerhalb der Landesverwaltung und den übrigen Behörden regelt. Meine Damen und Herren, mehr digitale Infrastruktur bedeutet auch gleichzeitig mehr Angriffsfläche für Cyberkriminelle und Hacker. Wir müssen daher bei allem Optimismus in einer digitalen Zukunft sicherstellen, dass die empfindlichen Daten unserer Bürgerinnen und Bürger und die behördlichen Systeme nach höchstem Maßstab gesichert werden. Innenminister Peter Beuth hat bereits 2016 das Kommunale Dienstleistungszentrum von Cybersicherheit Hessen gegründet. Anfang Oktober 2017 wurden die Sicherheitsstrukturen und die digitale Infrastruktur im Kreis Bergstraße und der Stadt Wetzlar als Piloten auf Basis der Initiative auf der nächsten Stufe erweitert. Ausgehend von den Ergebnissen werden so zukünftig auch weitere Kommunen in Hessen von modernen Sicherheitssystemen und dem Know-how des Dienstleistungszentrums profitieren können. Wir engagieren uns mit aller Kraft für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Cyberkriminalität und bieten Beratungsmöglichkeiten für Kommunen, Unternehmen und Verwaltung. Neben der Prävention und Soforthilfe bei Cyberkriminalität optimieren wir gleichzeitig die Abläufe in Strafverfolgung und Justiz. Wir bieten z.B. eine schnelle, bürgernahe und serviceorientierte Justiz mit elektronischem Rechtsverkehr und papierlosen Verfahren. So gewährleisten wir die Leistungsfähigkeit der Judikative im Zeitalter der Digitalisierung. Damit ist Hessen E-Justice-Land Nr. 1 in Deutschland, meine Damen und Herren. Wir haben einiges erreicht, und wir werden nicht nachlassen, diesen Weg konsequent weiter fortzugehen und weitere Bereiche zu digitalisieren. Digitalisierung ist nämlich nicht ein einmaliges Ereignis, sondern sie muss stets als sich verändernder Prozess begriffen werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation im digitalen Sektor erfordern schließlich auch eine kontinuierliche Evaluierung der Digitalisierungsstrategie unseres Landes. Meine Damen und Herren, bei dem heute in zweiter Lesung zu beratenden Gesetzentwurf handelt es sich um ein wichtiges und sinnvolles Gesetzgebungsverfahren. Beim Status quo können wir nicht verharren, und hinter den bundesrechtlichen Verpflichtungen dürfen wir nicht zurückbleiben. Ich bitte Sie daher um Zustimmung zu diesem guten und soliden Weg einer gesetzlichen Regelung in dieser so wichtigen Aufgabe für unsere Zukunft. – Besten Dank. Danke, Herr Bauer. – Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schön, dass wir uns jetzt wieder über einen sachlichen Punkt unterhalten können. Ich stelle am Eingang fest, dass die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen durch die öffentliche Verwaltung in Hessen großartige Chancen für die Bürgerinnen und Bürger bietet. Behördliche Abläufe in Landkreisen und Gemeinden können schneller, einfacher und effizienter gestaltet werden, sodass sich die Qualität der Serviceleistungen spürbar erhöht. Ein echter Komfortgewinn für die Bürger ist möglich, und darüber hinaus können Kosten gespart werden. Meine Damen und Herren, so steht das im Antrag, den wir dankenswerterweise heute mit aufgerufen haben, den wir schon im August 2017 eingebracht haben, und der leider noch immer aktuell ist. Leider deshalb, weil der danach immerhin eingebrachte Gesetzentwurf, der heute auf der Tagesordnung steht, im Mai 2018 kam, aber leider die Probleme nicht löst, sondern nach drei verlorenen Jahren wiederum die Chancen verschläft, die die Digitalisierung bietet. Ich will ein paar Worte zum Inhalt des Gesetzes sagen. Im Wesentlichen hat Kollege Bauer schon vorgetragen. Allerdings scheint er zu meinen, das reicht aus, um in die Zukunft zu gehen. Das wären nur die Übernahme der Regelungen des Bundesgesetzes aus dem Jahr 2013 umgesetzt. Fünf Jahre haben Sie dafür gebraucht, um in § 7 die elektronische Aktenführung zu regeln, wonach Behörden des Landes Akten elektronisch führen sollen. Noch nicht einmal ausdrücklich müssen, sondern nur in dieser sehr strengen, aber trotzdem Sollformulierung. Das Bundesgesetz hatte eine Frist von sechseinhalb Jahren gelassen. Verabschiedet wurde das Bundesgesetz Mitte 2013 mit Inkrafttreten zum 1. Januar 2020. Das heißt, sie haben die Zeit verschlafen. Der gleichlautende Paragraf in Hessen soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten, mit dem Ergebnis, dass sie im Gegensatz zum Bund nicht sechseinhalb Jahre, sondern nur dreieinhalb Jahre Übergangszeit lassen. Warum? Weil sie es verschlafen haben. Ich weiß nicht, welche Probleme koalitionsintern dahinter stecken. Unser Ziel ist es und muss es bleiben, möglichst komplett und möglichst schnell auf elektronische Aktenführung umzustellen. Ich fand das schon bemerkenswert, Herr Kollege Bauer, dass Sie sich aus der Anhörung für ein Zitat herausgesucht haben. Da finden Sie zwei Seiten Stellungnahme des zitierten Sachverständigen, in denen er sagt, was man eigentlich alles hätte machen müssen und besser hätte machen müssen. Aber er wollte das Ganze nicht den Bausch und Bogen verdammen. Das war ein höflicher Mensch. Höflich waren die Sachverständigen allesamt. Auf Nachfrage haben Sie sich aber auch geäußert, was Sie eigentlich davon halten. Ich zitiere einmal den Professor Bernhard. Er hat gesagt, Sie haben mich insoweit richtig verstanden, dass ich die arg zurückhaltende Herangehensweise dieses Gesetzentwurfs ein bisschen kritisch sehe. Man bemüht sich, die bundeseinheitlichen Regelungen, so weit es irgend möglich ist, aufzunehmen. Aber selbst das tut man nicht vollständig. Herr Schäf meint mit seiner Formulierung sehr deutlich, ich zitiere das wörtlich, auch dieser Gesetzentwurf hinkt fünf Jahre hinterher. Regelungen zu Open Data und Open Government fehlen. Das ist die Kritik. Sie bleiben einfach hinter den Möglichkeiten zurück. Sie bleiben hinter der Zeit zurück. Sie verschlafen die Zukunft. Ich nehme ein Beispiel. Jetzt ist die Justizministerin leider nicht mehr da. Vorhin vor der Unterbrechung hätte ich sie direkt sagen können. Heute kam die Meldung, es gibt einen digitalen Service Point der hessischen Justiz. Fantastisch. Klingt erst einmal gut. Das heißt, die Justizministerin sagt, künftig ist es möglich, unter einer einheitlichen Nummer für ganz Hessen die Justiz zu erreichen und erste Informationen zu erlangen. Sowohl persönlich, man kann also auch hingehen, irgendwo in Nordhessen ist das, beim Amtsgericht Eschwege. Man kann dort hingehen, aber man kann auch da anrufen, sogar unter einer kostenlosen Servicenummer und kann sich dann informieren lassen. Wie heißt das? Beim Ausfüllen von Formularen sollen die Mitarbeiter behilflich sein. Meine Damen und Herren, wo leben Sie denn? In welcher Zeit leben Sie denn? Haben Sie die Zukunft vollständig verschlafen? Wollen Sie es nicht? Dann kommt noch der eine Hinweis auf den digitalen Erbschein. Da dachte ich, beruflich bedingt, jetzt wird es ja toll. Das ist eine tolle Lösung, die er da anbietet. Digitaler Erbschein ist der Nachteil, denn Sie empfinden das wahrscheinlich so, dass man digital natürlich auch alle solche Behauptungen schnell überprüfen kann. Ich habe dann einmal geschaut. In der Tat gibt es einen Link, wenn man sich durchsucht, zu dem digitalen Erbschein. Was steht da? Sie können sich das Formular herunterladen, Sie können das Formular dann ausfüllen, Sie können auch einmal anrufen und sagen, wo der Name und wo der Vorname einzutragen ist. Die Notwendigkeit des Behördengangs bleibt, weil Sie einen wesentlichen Schritt, nämlich die Möglichkeit der elektronischen Einreichung, der elektronischen Signatur, eben nicht vorsehen. Auch da bleiben Sie einfach zurück. Dann müssen Sie sich schon einmal fragen, wie Sie Menschen erklären sollen, dass sie den elektronischen Personalausweis beantragen sollen, wenn Sie überhaupt nicht die Möglichkeit nutzen, und wenn Sie nicht die Chancen bieten, dies letztlich umzusetzen. Das passt dazu. Da zitiere ich etwas anderes. Wir haben in diesen Tagen endlich die Antwort bekommen auf unsere Kleine Anfrage betreffend Situation der IT-Fachkräfte in Hessen. Sie stellen noch nicht einmal das Personal ein, das Sie brauchen. 223 Stellen sind ressortübergreifend derzeit unbesetzt. Das steigert sich von Jahr zu Jahr. 2016 waren 108 unbesetzt, 2017 131, jetzt 223 Stellen. Das heißt, Sie unternehmen nicht die notwendigen Anstrengungen, um das Personal zu gewinnen, um die Fachkräfte zu gewinnen, die wir brauchen. Es wäre ja eine Lösung, wenn man im Bereich Digitalisierung der Verwaltung weiterkommen will, dass man einmal externe heranzieht, sich externen Sachverstand einkauft. Das kostet dann natürlich Sachmittel, das kostet Geld. Deswegen war die nächste spannende Frage für uns. Wie sieht das denn mit der Entwicklung der Aufwendungen in dem Bereich der Hessischen Landesregierung aus? Nehmen wir den Geschäftsbereich des hessischen Ministerpräsidenten. 2016 hat er immerhin 140.000 € für Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung ausgegeben. Im Jahr 2018 sind es nur noch 31.000 €. Der Finanzminister, CIO der Landesregierung, im Jahr 2016 1.490.000 €. Das ist schon einmal eine Hausnummer. Das ist allerdings auch um eine halbe Million € für das Jahr 2018 auf 952.000 € zurückgegangen. Den haben wir noch. Moment, ich habe es verwechselt. Das waren die Zahlen des Innenministers, die um eine halbe Million € zurückgegangen sind. Beim Geschäftsbereich des hessischen Ministers. Die Finanzen sieht es leider doch noch ein bisschen erbärmlicher aus. 32.253 € im Jahr 2018, jetzt noch 11.000 €. Damit bringt der CIO die Digitalisierung in Hessen im E-Government voran. Das kann es wohl nicht sein. Die schon zitierte Justizministerin hat es geschafft, von 2016 3,7 Millionen € zurückzufahren auf 2018 565.800 €. Meine Damen und Herren, das ist ein Armutszeugnis, das Sie sich mit der Antwort auf diese Anfrage selbst ausgestellt haben. Ja, ihr dürft klatschen. Danke. Ich will einen letzten Punkt aus unserem Antrag hervorheben. Das ist Punkt 6, der nichts an Aktualität verloren hat, sodass es bedauerlich ist, wenn Sie bei Ihrer Beschlussempfehlung bleiben sollten. Wir haben dort aufgeschrieben, dass eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Sie die notwendige Akzeptanz bei unseren Bürgerinnen und Bürgern finden. Natürlich ist, dass Sie sicher sein können, dass die Daten, die Sie in Bürgerportalen zur Verfügung stellen, auch Ihnen gehören, dass Sie die Herrschaft über die Daten behalten. Wir haben hierzu formuliert, dass die Bürgerinnen und Bürger in dem neuen System die Kontrolle über den Zugriff auf ihre persönlichen Daten erhalten sollen. Und damit deshalb im System sichtbar gemacht werden muss, für den jeweiligen Nutzer aus der Bevölkerung, welche öffentlichen Stellen zu welchem Zeitpunkt auf die im Bürgerportal hinterlegten Daten zugegriffen haben. Das ist echte Datenverantwortung, echter Fortschritt. Auch davon nichts in Ihrem Gesetzentwurf, aber auch gerade gar nichts. Deswegen bleibt das Fazit. Schwarz-Grün redet noch, während andere digitalisieren. Trotz des vorgelegten Gesetzentwurfs bleibt Hessen bei der Gestaltung der Digitalisierung weit hinter seinen Möglichkeiten. Die Rufe nach einem stärkeren Engagement der Landesregierung werden immer lauter. Zuletzt hat der Ministerpräsident bei Hessen Metall entsprechendes hören können. Ich zitiere einmal wörtlich, wie es berichtet worden ist. Er hat dann ein digitales Ministerium für die nächste Legislaturperiode angekündigt, was immer das sein soll. Ich hoffe, dass er das meint, was in Hessen seit Langem überfällig ist, nämlich ein Digitalministerium, in dem die Zuständigkeiten gebündelt werden, in dem nicht jeder in seinem eigenen Geschäftsbereich noch ein wenig herumdoktert mit der hier feststellbaren schwarz-grünen Politik. Ich komme zum Schluss. Denn mit dieser schwarz-grünen Politik der eingeschlafenen Hand verschläft Hessen die Zukunft. Wir brauchen einen Weckruf für Hessen. Die Politik des Stillstands bei Zukunftsthemen muss vorbei sein. Vielen Dank, Herr Greilich. – Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Eckert gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Digitalisierung verändert und erfasst alle Lebensbereiche, ob Mobilität, ob Wohnen, Wirtschaft und Arbeit, bis hin zum Kontakt Bürger-Staat, bis zur Verwaltung der öffentlichen Hand. Digitalisierung aber ist keine Naturgewalt, und sie fällt auch nicht einfach vom Himmel. Digitalisierung bietet große Chancen, aber sie birgt auch Risiken. Sie bedeutet schlichtweg Veränderung. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Deswegen ist es auch klar, wenn Digitalisierung von Menschen gemacht wird, dann kann man, muss man und soll man sie aktiv gestalten. Diesem Anspruch genügt der aktuell vorgelegte Gesetzentwurf eben nicht. Ich will das für uns als SPD-Landtagsfraktion deutlich machen. Aber da Sie in den meisten Fällen, nur weil wir das so sehen, nicht auf uns hören, möchte ich an der Stelle aus der schriftlichen Anhörung von Prof. Dr. Hornung zitieren, Herr Präsident, von Seite 40, Teil 3 der Anhörungsunterlagen. Zitat Gemessen an diesen bisherigen Reformerfahrungen in Bund und Ländern und an den Herausforderungen eines aktiven und vorausschauenden gesetzgeberischen Gestaltungsbedarfs wirkt der dem vorgelegten Gesetzentwurf zugrunde liegende Gestaltungswille eher zurückhaltend. Meine Damen und Herren, das ist sehr deutlich und sehr richtig. Wir wollen, dass Hessen die Nummer eins in Deutschland beim Thema E-Government wird. Hessen soll von Unternehmen, Start-ups und digitalen Bürgerinitiativen lernen und sich zum Ziel stecken, alle Verwaltungsvorgänge für die Bürgerinnen und Bürger online verfügbar zu machen. Dabei muss im Jahr 2018 zwingend eine Regelung für Open Data in einem solchen Gesetz aufgenommen werden. Dass es geht, sehen Sie in Hamburg, sehen Sie auch im Bundesgesetz all diese Themen. Herr Kollege Frömmrich, das schaffen Sie noch nicht einmal, im Vergleich zu anderen Bundesländern und zum Bund, eine solche Regelung in diesem Gesetzentwurf einzuziehen. Aktive Gestaltung ist in diesem Fall Fehlanzeige, meine Damen und Herren. Deswegen braucht es mehr als ein in die Jahre gekommenes E-Government-Gesetz des Bundes abzuschreiben, was aus dem Jahr 2013 herrührt. Was haben Sie eigentlich aus der Landesregierung in den letzten Jahren dazu gemacht? Wir haben mehrere Anfragen dazu immer wieder thematisiert. Es hieß, wir arbeiten, wir evaluieren und legen dann etwas vor. Aber eigentlich fehlen die Initiativen von Ihnen im Sinne eines einfachen, offenen und transparenten Bürgerportals in Hessen mit einem echten digitalen Service im Sinne einer übergeordneten, ganzheitlichen Leitvorstellung einer guten Verwaltung. All zu diesen Themen schweigen Sie, und auch das Gesetz wird uns in Hessen nicht weiterbringen, meine Damen und Herren. Gut, dass wir eben nicht nur über dieses dünne Gesetz diskutieren, sondern auch den Blick ein wenig weiten, meine Damen und Herren. Deswegen gibt es viele Bereiche zum Thema Digitalisierung, wo wir in Hessen auch jenseits des Gesetzes aktiv gestalten könnten. Ich will heute nicht auf die Infrastrukturfrage eingehen, weil auch das könnten wir hier noch weiter munter debattieren, wo wir entsprechende Bedarfe in Hessen haben. Aber da, wo Sie zum Thema E-Government und Ähnliches mehr auch aktiv mitgestalten könnten, sieht es etwas düster aus. Wenn wir uns die Bundesplattform Gavdata als Verbundplattform in Deutschland anschauen, beteiligen sich zurzeit sechs Bundesländer in der Bundesrepublik nicht. Raten Sie einmal, wer dazugehört. Hessen. Weil Hessen in dem Falle zwar große Töne über das digitale Hessen spuckt, aber bei diesen gemeinsamen Anstrengungen vornehme Zurückhaltung walten lässt. Meine Damen und Herren, aktives Gestalten sieht anders aus. Herr Schäfer, eine Reise ins Silicon Valley allein macht noch kein digitales Hessen. Ansonsten tatsächlich sich Gedanken zu machen, wie wir digitale Verwaltung gestalten können, welche Grundlagen wir nachher brauchen für ein echtes E-Government-Gesetz. All diese Themen haben Sie mit dem vorgelegten Gesetzentwurf leider nicht die Grundlagen gelegt für eine moderne digitale Verwaltung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Ich will bei dem Thema ansprechen, dass es nicht reicht, allein digitale Prozesse abzubilden, ohne sich vorher die Prozesse angeschaut zu haben. Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis möchte ich gerne Torsten Dirks, den CEO von Telefonica Deutschlands, im Jahr 2015 zitieren, der gesagt hat, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheißdigitalen Prozess. Meine Damen und Herren, ich will es diesem Hause entsprechend vielleicht etwas noch freundlicher formulieren. Ich zitiere dazu aus der mündlichen Anhörung des Innenausschusses von Herrn Prof. Dr. Bernhard, der gesagt hat, ein weiterer Punkt, der auffälligerweise im Hessischen Gesetzentwurf fehlt, ist die Pflicht zur Optimierung von Verwaltungsverfahren vor der Digitalisierung. Es ist heute eigentlich Konsensus, dass man ohne eine vorherige Optimierung oft nicht hinreichend die Potenziale der Informationstechnik abrufen und das Verfahren effektiv gestalten kann. Meine Damen und Herren, Sie sehen, einfach nur ein E-Government abzuschreiben und fortzulegen, aber sich nicht um die Prozesse zu kümmern, das bringt auch das Thema Digitalisierung in der Verwaltung nicht wirklich voran, meine Damen und Herren. Ich will auch gerne noch einmal auf einen weiteren Punkt ansprechen, der in der Anhörung auch thematisiert worden ist. Das ist die Frage der Fristsetzung für die digitalen Veränderungsprozesse, die Frage, wer nachher tatsächlich diese Fristen in Gang setzt und wer dafür verantwortlich ist, dass Verwaltungen sich tatsächlich auch digital verändern. Dazu ein drittes weiteres Zitat, weil ich finde, damit hat Prof. Dr. Richter in der mündlichen Anhörung des Innenausschusses sehr viel Richtiges gesagt, meine Damen und Herren. Zu § 17 des vorgelegten Gesetzentwurfs. Überraschend ist, dass die Wirkkraft eines Gesetzes von einem Akt der Verwaltung selbst abhängig gemacht wird, die von diesem Gesetz eigentlich angeleitet werden soll. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Für die Verwaltung ist es sehr komfortabel, zu sagen, ich sage dann Bescheid, wann das Gesetz für mich gilt, nämlich dann, wenn ich die Infrastruktur aufgebaut habe. Das finde ich nicht nur überraschend in der Sache, sondern frage mich mit Blick auf die Gewaltenteilung auch, ob das sinnvoll ist. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Diesen Ansatz schließen wir uns an und finden das eine sehr berechtigte Frage in der Systematik dieses vorgelegten Gesetzentwurfs. Das Thema Informationsfreiheit und Transparenz öffentlicher Entscheidungen und Verwaltungshandeln, all das haben wir hier hinreichend diskutiert in der Frage eines echten Informationsfreiheits- und Transparenzgesetzes. Auch das ist in der Anhörung deutlich geworden. Ich verzichte, ganz viele Beispiele aus der Anhörung zu zitieren, die immer wieder gezeigt haben, es geht anders. Sie müssen den restriktiven Weg, den das Bundesland Hessen unter schwarz-grüner Führung in dem Falle bislang gegangen ist, verändern, um wirklich Transparenz und Informationsfreiheit zu gewährleisten. Auch das wurde in der Anhörung deutlich. Korrigieren Sie mit dem Gesetz ganz überraschenderweise nicht. Sie bleiben bei Ihrer Linie, und deswegen ist das falsch, meine Damen und Herren. In der Tat, Herr Kollege Greilich hat in seiner Rede schon deutlich gemacht, wenn ein Zitat der Kollege Bauer nur herausgegriffen hat, diese Anhörung war eine wahre Fülle von verbalen Ohrfeigen für diesen Gesetzentwurf, wo deutlich gemacht worden ist, der Gesetzentwurf entspricht eben nicht den Anforderungen an eine moderne, an eine digitale Verwaltung, eine gute Verwaltung für ein modernes Hessen. Da ändert auch nichts die vollmundige Ankündigung des noch amtierenden Ministerpräsidenten, nach der Wahl ein Ministerium zu schaffen, das sich mit Digitalisierung beschäftigt. Er hat vor der letzten Wahl schon etwas zum Thema Zukunftsfragen versprochen. Das kam nicht. Dieses Mal würde es nicht kommen, wenn er dazu Gelegenheit hätte. Aber, meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen bei der ersten Lesung schon gesagt, auch da arbeiten wir daran, dass er da gar nicht mehr in die Verlegenheit kommt, diese Versprechen vor der Wahl und nach der Wahl auch wieder einmal nicht umzusetzen. Deswegen gestalten wir mit dem Gesetzentwurf keine Digitalisierung in der Verwaltung in Hessen. Wir schreiben ein altes Gesetz ab. Wir nehmen nicht die aktuellen Erfordernisse für Digitalisierung aus dem Jahr 2018 für die Zukunft heraus. Wir beschreiben eben nicht, wie wir Spitzenreiter werden können im Konzert der Bundesländer. Denn das Thema Digitalisierung braucht aktive Gestaltung. Es braucht eigene Ideen und Ansätze. Sie haben lange Zeit dafür gehabt. Deswegen hatte ich mir wirklich mehr erhofft. Ich weiß, Anfängerfehler nach sechs Jahren in diesem Haus zu hoffen, dass Sie tatsächlich mehr machen. Sie sind in der Tat hinter dem Erwartbaren zurückgeblieben. Deswegen werden wir Ihrem Gesetzentwurf auch nicht zustimmen können. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. – Als Nächster hat das Wort Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 2013 wurde das Bundesgesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung beschlossen. Dieses sieht vor, dass die Länder in ihrem Kompetenzbereich anpassen und die Bundesgesetze übernehmen, um die Verwaltung in Deutschland insgesamt zukunftsfähig zu machen. Der vorliegende Gesetzentwurf ist nicht nur auf den letzten Drücker angefertigt worden – das haben meine Vorredner auch schon gesagt –, sondern lässt auch alles vermissen, was ein zukunftsfähiges Gesetz beinhalten muss. So stellte der Hessische Landkreistag in der Anhörung fest, dass dieses Gesetz »lediglich ein rechtlicher Rahmen sei«, der noch mit Rechtsverordnung ausgefüllt werden muss. Wie die rechtlichen Normen aussehen und wann solche Normen eingeführt werden, steht aber in den Sternen. Wenn ich mir diese bisherigen Arbeitseifer bei dem Thema E-Government anschaue, kann ich mir vorstellen, dass die notwendigen Verordnungen wieder so lange brauchen werden. Bei der elektronischen Aktenführung fordert nicht nur der Hessische Landkreistag finanzielle Unterstützung durch Bund und Land. Auch der Hessische Städtetag vertritt diese Ansicht und betont die Relevanz von »frühzeitigen Gesprächen mit den Kommunalen Spitzenverbänden«. Denn es ist anders, wie Sie es beschreiben, mit starken Anpassungsinvestitionen zu rechnen, insbesondere in den Kommunen. Wesentliche Anregungen vonseiten der Kommunen haben aber keine Beachtung in Ihrem Gesetz gefunden. Meine Damen und Herren, das ist einfach schlampige Regierungsarbeit. Die Kommunen wurden nicht ausreichend in die Gestaltung dieses Gesetzentwurfs einbezogen, obwohl der eigentliche Verwaltungsaufwand klar bei Ihnen liegt. Denn innerhalb der kommunalen Verwaltungsstruktur werden 80 von 100 Daten dort erhoben und verarbeitet. Herr Ministerpräsident, Sie haben uns in der letzten Plenarsitzung noch von den großen Errungenschaften der Verwaltung im elektronisch-digitalen Bereich erzählt. Herr Kollege Eckert hat auch darauf hingewiesen. Doch wie uns im Innenausschuss in der Anhörung von den Experten bestätigt wurde, ist an der angeblichen Vorreiterrolle Hessens nicht viel dran. Sie haben zugeschaut, während Bayern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen mit zukunftsfähigen Reformen an uns vorbeigezogen sind. Das haben Sie sich ganz alleine zuzuschreiben. Dass Sie uns jetzt kurz vor der Wahl ein schwaches und äußerst weich formuliertes Gesetz vorlegen, ist nicht nur enttäuschend, sondern verfehlt auch den Anspruch, den die Wählerinnen und Wähler an eine zukunftsgerichtete Regelung haben. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten da mehr an Lösungen. Sie erwarten im Umgang mit Verwaltungsbehörden schnelle, flexible und an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasste Lösungen. Dies steht allerdings mit Ihrem Vorhaben nicht in Übereinstimmung. Hierzu gibt es etliche Beispiele aus den Modellkommunen, die trotz zukunftsreicher Ideen nicht in das Gesetz aufgenommen wurden. Leider nicht. Ohne Bezahlplattformen, Kita-Platz, Vergabemanagement und die Online-Behördenterminvergabe sind Projekte der Zukunft, die dennoch nicht aufgenommen wurden. Ich frage, warum. Wie die Studie Digital 21 aufgezeigt hat, geht derzeit sowohl die Zufriedenheit als auch die Nutzung von elektronischen Verwaltungsmöglichkeiten zurück. Während Sie hier also über die elektronische Verwaltung reden, sind die Bürgerinnen und Bürger unzufrieden und erwarten eben bessere Lösungen. Dass nur die Landesbehörden eine elektronische Aktenführung durchführen sollen, widerspricht nicht nur dem gesunden Menschenverstand, sondern auch der Zielsetzung im Bund. Diese sieht nämlich vor, dass Bund, Land und Kommunen ihr Know-how teilen und das Denken in Prozessketten erst ermöglichen. Ich zitiere den Anspruch, der sich aus dem Bundesgesetz ergibt. Ziel der Bundesregierung sind effiziente elektronische Verwaltungsarbeit im Bund zusammen mit Ländern und Kommunen. Einfache, schnelle, weil über die Ebenen hinweg elektronische staatliche Dienstleistung. So war das Zitat. Doch um eine effiziente und sinnvolle elektronische Datenverarbeitung zu ermöglichen, müssten die Kommunen erst einmal die Daten elektronisch erheben. Wie bitte wollen Sie der Öffentlichkeit erklären, dass Sie den wichtigsten Teil der Verwaltung bei ihrer Ausarbeitung außen vorlassen? Hier sind andere Bundesländer viel weiter. Meine Damen und Herren von Schwarz-Grün verhindern somit eine harmonisierte Gesetzgebung und damit den bundesweit anzupassenden Datenaustausch. Das ist nämlich Bestandteil dieses Gesetzes. Es fällt ferner auf, dass nicht alle bundrechtlichen E-Government-Normen für das Landesrecht übernommen werden. Auch das ist ein Zitat, so zu lesen im Einschätzungsbericht des nationalen E-Government-Kompetenzzentrums. Die Norm, von der die Landesbehörden elektronisch unterstützte Verwaltungsabläufe dokumentieren, analysieren und zu operieren hat, ist eben nicht vorhanden. Wie aber sollen Verfahren optimiert werden, frage ich, wenn Sie nicht einmal eine Datenerfassung beschließen? Auch das hat Kollege Eckert schon ausgeführt. Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Bayern verfügen schon längst über ein E-Government-Gesetz und haben dies auch mit einer ausdrücklichen Umsetzungsfrist verankert. Die Fixierung Ihres Gesetzentwurfs auf Landesbehörden ist nicht förderlich, zumal Sie dort sogar wichtige Bereiche ausgelassen haben. Doch nicht nur die Rahmenbedingungen für die Verwaltung sind verbesserungswürdig. Auch die Rechte jeder Bürgerin, jedes Bürgers und jedes Unternehmens müssten in diesem Gesetz festgeschrieben werden. Das tun Sie aber nicht. Die erhobenen Daten von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen müssen nicht nur im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung gesehen werden, sondern es bedarf einer weiteren Möglichkeit der Offenlegung gegenüber den Betroffenen. Aber davon ist nichts zu lesen. Ebenso wäre auch eine gesetzlich vorgeschriebene Verschlüsselung von Dokumenten, die zwischen Landes- und Kommunalverwaltung hin und her geschickt werden, von äußerster Dringlichkeit. Es kann doch nicht sein, dass in Zeiten der ausgedehnten Cyberkriminalität wichtige Dokumente unverschlüsselt verschickt werden. Der Verweis auf die verschlüsselte D-Mail ist unzureichend, da nach Ihrem Gesetzentwurf eben nur Landesbehörden verpflichtet sind, die D-Mail zu nutzen. All diese Unzulänglichkeiten haben aber ihren Ursprung in dem Versuch der Verhinderung von kommunalen Konnexitätsansprüchen. Genau das ist der rote Faden, der sich durch das ganze Gesetz zieht. Einerseits verpflichten Sie die Kommunen, das Bundesrecht anzuwenden, greifen also durch, um andererseits keine Bereitschaft bei der Finanzierung der enormen Kosten zuzugestehen. Die Kommunen brauchen aber das Geld, die Zusammenarbeit und die technische Unterstützung des Landes, sonst kommen wir da nicht weiter. Mein Fazit. Die Modellkommunen, die bereits 2014 vom Bund ausgewählt wurden, haben als größte Digitalisierungsherausforderung die mangelhafte Unterstützung von Bund und Ländern beklagt. Die Lehre, die sie offensichtlich aus dieser Entwicklung gezogen haben, ist die hessischen Kommunen gar nicht erst intensiv in den Gesetzesprozess mit einzubeziehen. Weiterhin brauchen Bürgerinnen und Bürger mehr rechtliche Kompetenzen zur Einflussnahme auf ihre Daten und Einsicht auf Anfrage. Es fehlt weder an Ideen, an Beispielen oder an technischen Möglichkeiten, sondern nur am politischen Willen der Landesregierung und der von Schwarz-Grün zur Durchsetzung von zukunftsweisender Technik in der Verwaltung. Beziehen Sie also die betroffenen Behörden endlich mit ein, und entscheiden Sie nicht über deren Köpfe hinweg. Die Kommunen brauchen finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung und rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Namen dann auch verdienen. Hessen wird mit diesem Gesetz ins Digitale abseits gestellt, und deshalb werden wir es ablehnen. Vielen Dank, Herr Schaus. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, manchmal versteht man die Debatten nicht, die hier geführt werden. Man kann, wenn man das absichtigt, vielleicht auch gleich auf die Anhörung eingehen, was da gesagt worden ist, aber im Ziel müssen wir doch feststellen, dass wir ein E-Government-Gesetz für das Land Hessen schaffen. Das hat es noch nicht gegeben. Wir orientieren uns dabei an dem Bundesgesetz. Das Bundesgesetz ist zwar aus 2013, das ist richtig, aber wir orientieren uns weitgehend daran. Wenn Sie sich auf die Anzuhörenden beziehen, müssten Sie das auch in den Teilen tun, wo die Anzuhörenden, die Sie mit anderen Sätzen zitieren, vielleicht auch das Positive hervorheben. Herr Hornung, der hier zitiert worden ist, sagt dazu, angesichts der Vernetzung der E-Government-Strukturen ist ein Höchstmaß, eine Einheitlichkeit der Rechtslage anzustreben. Das tun wir hier mit vielen Bereichen, indem wir uns am Bundesgesetz orientieren. Er sagt noch einmal, es ist deshalb zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung sehr viele Regelungen des Bundesgesetzes übernimmt und nun an das Landesrecht anpasst. Zitat zu Ende. Das ist so. Das sollte man doch einfach einmal zur Kenntnis nehmen, wenn man es schon zitiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was wollte dieser Gesetzentwurf? Er wollte rechtliche Hindernisse abbauen, die elektronische Kommunikation mit Verwaltung erleichtern, die Verwaltung effizienter, transparenter, bürgerfreundlicher gestalten, Rechtsklarheit schaffen, neue Impulse für das E-Government in Hessen setzen. Das ist ihm gelungen, glaube ich. Gleichwohl würde ich den Kollegen, die hier geredet haben, trotzdem auch zustimmen, dass man sich in solchen Gesetzgebungsprozessen, zumal wenn sie lange dauern, dass man sich natürlich auch ein Mehr vorstellen kann, auch ein schneller und effektiver vorstellen kann. Ich glaube, dass das hier ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wie sagte der Kollege Eckhardt gerade vollkommen zu Recht, die Digitalisierung ist ein ständiger Prozess. Ich glaube, dass dieser Gesetzentwurf und diese Regelungssystematik uns relativ schnell wieder erreichen werden, weil die technische Entwicklung so schnell fortschreitet, dass wir dann die Dinge, die von Ihnen zu Recht angesprochen worden sind, in diesem Gesetzentwurf übernehmen können. Vielleicht lassen Sie mich doch an dem einen oder anderen Punkt, wo ich meine, dass wir uns selbst auch immer keinen Gefallen tun, indem wir in Bausch und Bogen so tun, als sei hier nichts passiert, uns selbst kein gutes Zeugnis ausstellen. Kollege Eckhardt hat gesagt, wir würden uns nicht intensiv mit der Digitalisierung beschäftigen. Ich will daran erinnern, dass dieser Landtag, ich glaube, es war sogar auf Initiative der FDP, ich weiß es nicht, dass wir uns mit einer sehr umfangreichen Anhörung hier über einen ganzen Tag mit den Fragen der Digitalisierung beschäftigt haben und das, was Kollege Eckhardt angesprochen hat, die Digitalisierung, die ganz viele Lebensbereiche betrifft, ausführlich diskutiert haben. Wir haben, glaube ich, eine sehr inhaltliche und eine sehr aufschlussreiche Anhörung gehabt. Da kann man sich doch nicht allen Ernstes von hier vorne hinstellen und sagen, im Bereich der Digitalisierung sei nichts unternommen worden. Im Bereich der Digitalisierung habe man sich nicht beschäftigt. Ein weiterer Punkt. Ich glaube, wir waren mit verschiedenen Ausschüssen, aber insgesamt einmal mit dem Hauptausschuss und dann mit dem Unterausschuss Datenschutz zweimal in Estland und haben uns die Beispiele einer digitalen Gesellschaft in Estland angeguckt. Das waren sehr interessante Prozesse. Ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen, die daran teilgenommen haben, haben da mit offenen Augen gesessen und gesagt, wie packen die das an, wie schaffen die das, so komplexe Zusammenhänge in ihrer Verwaltung und im täglichen Leben zu implementieren. Das hat uns alle sehr beschäftigt. Aber ich will hier einmal zwei Punkte nennen, über die wir diskutieren sollten. Dann möchte ich einmal sehen, ob Herr Schaus immer noch so forsch in der Argumentation ist, wie er das gerade war. Die Digitalisierung in Estland hat geklappt, weil sie sehr zentralistisch organisiert worden ist und weil man als ersten Schritt gemacht hat, dass man auf dem Personalausweis einen Chip implementiert hat, dass man mit diesem Chip Zugang zu allen öffentlichen Informationen und auch zu seinen Akten hat. Ich möchte wissen, wenn wir so etwas im Hessischen Landtag diskutieren, wo Herr Schaus wäre, wenn wir sagen würden, das wollen wir auf den Weg bringen. Sie haben doch gesagt, es geht Ihnen alles nicht schnell genug. Herr Kollege Schaus, wenn Sie Digitalisierung wollen, müssen Sie auch die Chancen, die Digitalisierung bietet, irgendwann einmal nutzen. Aber Sie stellen sich immer hier vorne hin und reden, dass man die Digitalisierungschancen nutzt. Jedes Mal, wenn es einen Vorschlag zum Nutzen der Digitalisierung gibt, sind Sie die Ersten, die in der Reihe sitzen und sagen, das geht man schon einmal gerade gar nicht. Von daher finde ich, so wohlfeile Reden zu halten, sollte man noch einmal darüber nachdenken. Ich finde, man sollte sich dieses Beispiel Estland doch einmal genauer anschauen. Dass die Bürger über ihren Ausweis Zugang zu allen sie betreffenden Daten haben und sie in Kommunikation mit den staatlichen Institutionen treten können. Das wäre ein Riesenschritt im Bereich der Digitalisierung. Aber wie wir in den Diskussionen auch mit den Esten erlebt haben, haben wir uns dann immer gesagt, die Fragen, die Sie hier stellen, sind alle so zurückhaltend. Wir diskutieren immer mit den deutschen Gruppen über die Probleme, die die Digitalisierung bringt. Aber wir reden mit den deutschen Gruppen in der Regel nicht darüber, welche Vorteile die Digitalisierung hat. Also, ich will einmal sagen, hier nicht vorne hinstellen und mit Hurra immer Digitalisierung fordern und dann, wenn es gemacht werden soll, immer das Haar in der Suppe suchen. Deswegen lassen Sie mich dazu sagen, wir haben hier einen ersten Schritt gegangen mit diesem E-Government-Gesetz. Wir haben die Umsetzung dessen gemacht, was auf Bundesebene festgeschrieben worden ist. Man kann sich da mit Sicherheit mehr vorstellen. Ich kann auch dazu sagen, dass es mir auch in diesem Bereich alles, was mit Elektronik und Digitalisierung und Digitalisierungsprozessen einhergeht, dass ich mir da auch mehr Geschwindigkeit wünschen würde. Aber ich sage einmal, das sind Dinge, mit denen wir uns dann wahrscheinlich bei einer Anpassung dieses Gesetzes beschäftigen müssen. Aus meiner Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung, vielleicht nicht schnell genug, vielleicht auch nicht intensiv genug. Aber ich glaube, er beschreibt den richtigen Weg. Wie Sie aus der Anhörung gehört haben, sagen viele, dass es gut ist, dass wir uns am Bundesgesetz orientieren. Dann müssen wir die weiteren Schritte planen. Von daher finde ich ein guter erster Schritt. Deswegen bitten wir um Zustimmung. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben heute hier das E-Government-Gesetz zur Verabschiedung. Ich will noch einmal kurz in wenigen Sätzen darauf eingehen, was das Gesetz für einen Auftrag hat. Es soll einheitliche und transparente Regelungen bei der Ausführung von Bundes- und Landesrecht gewährleisten, den Abbau von Hindernissen für die Digitalisierung der Verwaltung sicherstellen, die Öffnung des elektronischen Zugangs für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft zur Verwaltung sicherstellen. Es ist damit die Einführung der elektronischen Akte und der elektronischen Vorgangsbearbeitung verbunden und die Schaffung von elektronischen Registern. Darüber hinaus die verwaltungsebenenübergreifende Zusammenarbeit von Bund und Ländern und der Verwaltung untereinander. Das liegt mir im Besonderen am Herzen. Das ist auch die Einbeziehung der Kommunen an dieser Stelle. Die rechtliche Verankerung der Funktion eines CIO ist in diesem Gesetz ebenfalls vorgesehen. Wir schaffen einen IT-Planungsrat hier im Land. Wir nennen ihn E-Government-Rat, in dem die Ressorts zusammen mit den Dienstleistern und – ach, was für eine Überraschung – mit den Kommunen – aha, die Kommunen sind ja eigentlich doch mit einbezogen – und den Kommunen die Grundzüge der Digitalisierungsstrategie des Landes festlegen und Empfehlungen insbesondere zur Vorbereitung der Umsetzung der im IT-Planungsrat des Bundes besprochenen Themen und den dort dazu gefassten Beschlüssen getroffene Empfehlungen aussprechen. Meine Damen und Herren, das ist das, was das Gesetz leistet. Das ist genau das, was ein E-Government-Gesetz zu leisten hat. Ein E-Government-Gesetz ist kein Haushaltsgesetz, Herr Kollege Greilich. Natürlich ist es so, dass wir in einem sehr großen Umfang Mittel für das Thema IT in unseren Haushalten für die Zukunft schon vorgesehen haben. Ein E-Government-Gesetz ist auch keine Prozessbeschreibung, Herr Kollege Eckert. Da will ich Ihnen etwas verraten. Am Ende wird man nicht zitiere Ihr Zitat mit den scheiß Prozessen. Einen scheiß Prozess werden Sie eben nicht im Gesetz ändern. Das geht nur in der Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Es ist doch kein Projektplan für die Zukunft der IT, und es ist schon gar keine Bedienungsanleitung für einzelne IT-Anwendungen. Aber den Eindruck konnte man in der Debatte gewinnen, dass Sie genau das alles von einem E-Government-Gesetz verlangen, was eigentlich nur dazu da ist, einen Rechtsrahmen zu schaffen. Und den schaffen wir mit diesem Gesetz. Ich bin schon einigermaßen überrascht über das eine oder andere, was hier gefallen ist. Wir beginnen jetzt die Einführung der E-Akte. In der gleichen Rede wird vorgetragen, dass hier immer irgendjemand aufwachen soll. Meine Damen und Herren, derjenige, der das hier vorträgt, muss selbst erst einmal aufwachen. Wir haben die elektronische Akte im Jahr 2004 und 2005 bereits eingeführt. Meine Damen und Herren, wir fangen doch nicht an, nachdem wir dieses Gesetz beschlossen haben, sondern das läuft doch alles schon. Vielleicht sollte man sich, wenn man hier ans Rednerpult tritt, mit der einen oder anderen Sache im Inhalt beschäftigt haben. Die Voraussetzung dafür, dass wir die Digitalisierung hinbekommen, ist, dass wir so ein paar Grundbausteine überhaupt erst einmal hinbekommen. Da sind wir doch weit voran. Wir haben mit den Bayern zusammen eine Lösung für das E-Payment geschaffen, für das elektronische Postfach. Meine Damen und Herren, wir sind dabei, dafür Sorge zu tragen, dass wir die Bausteine, die man braucht, um überhaupt erst einmal in Digitalisierungsprozesse so richtig hineinzukommen, bereits existieren. Schauen Sie einmal in andere Bundesländer. Da wird auf das geschaut, was wir machen. Da wird das kopiert, was wir machen, was wir gemeinsam mit den Bayern auf den Weg gebracht haben. Meine Damen und Herren, es ist schon einigermaßen schwer erträglich, wenn hier so getan wird. Wir fangen nach dem Gesetz an, digitale Verwaltung zu betreiben. Meine Damen und Herren, wir sind mit unseren digitalen Modellbehörden, den Regierungspräsidien, bereits lange dabei, dafür Sorge zu tragen, dass die Prozesse entsprechend digitalisiert werden. Wir fangen dort mit den Dingen an, die als Dienstleistungen von den Regierungspräsidien entsprechend angeboten werden. Das ist zunächst einmal unsere Aufgabe, Stückchen für Stückchen, dass wir uns dieser Frage auch entsprechend nähern. Von der Anerkennungsprämie für Feuerwehren und Katastrophenschutz kann man sagen, ist nicht die wichtigste Anwendung. Das ist aber eine, wo wir einen sauberen Prozess sehr schnell digital abbilden können für die entsprechenden Anwender. Wir haben den Bereich des Arbeitsschutzes. Ich finde, dass das eine vernünftige Herangehensweise ist, wenn man sagt, wir wollen einmal schauen, ob wir es nicht hinbekommen, dass wir das Thema Beantragung von Sonntagsarbeit durch Unternehmen digital hinbekommen. Herr Kollege Schaus, die Beantragung von Elterngeld, Kollege Schaus, ist etwas, was wir bereits entsprechend online abbilden. Das Thema digitalisierte Jugendhilfe, Zusammenarbeit der Ausländerbehörden, alle Punkte, bei denen wir digital dafür Sorge tragen, dass die entsprechenden Prozesse abgebildet werden. Ja, es ist eine sehr große Herausforderung, die sich uns insgesamt stellt, auch was den gesetzlichen Auftrag des Bundes angeht, durch das Onlinezugangsgesetz. Jetzt aber auch hier sind wir in Arbeit mit denen, die Dienstleistungen in der Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen anbieten. Das sind in erster Linie die Kommunen wahrscheinlich in der Größenordnung von über 500 Verfahren, die wir in den nächsten Jahren digitalisieren müssen. Meine Damen und Herren, glauben Sie mir, das machen wir nicht gegen, sondern das machen wir mit den Kommunen. Ich habe den Eindruck, dass die Kommunen auch kreuz dankbar sind für das, was wir machen und wie wir es machen. Jedenfalls sind Sie kräftig dabei bei der Frage, wie wir gemeinsam erreichen können, dass wir die digitale Verwaltung in Hessen insgesamt hinbekommen, von den Kommunen über die Regierungspräsidien bis hin zum Land. Die Rechtsgrundlage schaffen wir jetzt mit dem E-Government-Gesetz. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weitere Wortmeldung mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung. Zunächst die Beschlussempfehlung im Bericht des Innenausschusses zum Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 19 6734 zu Drucksache 19 5165. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung usw. Wer in zweiter Lesung dem Gesetzentwurf seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf beschlossen und zum Gesetz erhoben. So. Vielen Dank, Herr. Danke.